um ich bin wir sind nicht mehr im Wald aber wo ist denn der Strom was ist der links oder rechts von uns? ich bin zwischen den Steinen noch wenn man erst rechts von uns ist es gut weil wenn er rechts von uns ist dann kriegen wir das früher auf jeden Fall noch geh rein in die Mitte steiner was? wo? ach so so ist die, wo ist das? rechts von uns ist das irgendwo da hab ich grad nicht gesehen wenn du hinzoomst ich will wirklich nur überleben wir sind scheißegal, wir sind jetzt da auf 10 Minuten warten und ich möchte das Ziel erreichen ich will nicht früher ausschauen, ich will ein paar Jahre alles überleben und dann, wenn es dann um 20 Uhr heißt, okay, auf nach Shadow, wir killen uns alle gegenseitig, dann okay aber ich möchte jetzt mal nur überleben ja, das ist mein Ziel eigentlich ja denkst du, denkst du, es gibt es gibt noch Teams, wo noch alle Teamkameraden drin sind? ja, alle, oder meinst du, dass wir das nicht geschoren ist? na meinst du? wie? ne, also weißt du wo hat noch ein Team, also bei uns ist ja schon einer gestorben, wir sind nur noch zwei wir sind ja nicht mehr das komplette Team so okay aber ich, ich überlege wirklich, dass es keine Idee kommt, bei den Steinen zu laufen ich weiß nicht, ja, aber das keine Idee kommt das ist doch uroffensichtlich, dass das Leute machen, weil du bist du nicht so recht geschützt ja, das stimmt ja, das stimmt halt mal wir haben nur hinter uns, schauen, wer ist denn, wenn uns aber nachläuft tsch, aber da, schon, wo läuft sie die ganze Zeit zurück hinterher, so ja, ich habe eine Axt, stelle vor äh, wie weit ist es noch, müsste dem Ding? lol, Moment mal du ist links von uns warte mal warte mal ich hab's markiert, ich hab die Scheune markiert, das ist bei Tropolka dann bei Abzeigungen links das ist einen Kilometer in diese Richtung, genau in diese Richtung also das heißt, es ist nicht mehr in der Zone drin ja, Powerplant also der Powerplant warte, 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 ach so, der 2, 2, 2, 2, 2 ah, da ist die Straße, das gibt da raus, das ist jetzt hier das ist, jetzt in diese Richtung, wo du hin schaust 6101 ok, also ist hier durch den Weg ja, aber da, diese Scheißsteine hier, das ist der Fall, das ist der Fall, das ist der die Spies ist äh, 53 von 7 Minuten, wenn wir uns auch mal überlegen hm wer war gespannt ja, ich auch ich, ich ehrlich gesagt auch weil was danach passiert, ob es einfach vorbei ist, oder ob die würde ich noch irgendwie sagen, ja, jetzt geht es ein bisschen ab oder sowas ja, das ist passiert, weil die Leute warten ich bin auch gespannt, also ich mich gefragt nachher mal Stefan, die Zuschauer, die sind beim Stream waren also ich warf am Anfang drin, wo es kam das, äh, ja, kommt's mal in den Chat oder so, also, äh, da war ich reden, da war glaube ich 1.000 oder so aus 200,000 aus und so was war ja, aber man kann sich dieses Video im Nachhinein anschauen, oder? ah, der Video kann ja mal schreiben, wird die Frage gespeichert, das ist aber nicht so wie ich zuhle dass die Schweizer Chirsche, ich würd's einfach gerne da an schauen, weil ich bin gespannt, wo die uns beobachtet haben da und das stimmt wie weiß bis auf den Berg da oben drauf was das erhielt er den Berg dahinter 480 Meter das ist auf die Idee wirklich verwunderlich ich bin nervös weil die letzten Minuten brechen an, das macht mich nervös mit den Händen sind schwitzig deine nicht mehr meine Folge geht die ganze Zeit schon wie ich mich nehmen ich muss auch, ich muss sehr stark pissen ja, oh ja sehr stark ja, guck mal, da links von uns ist noch eine Straße das ist einfach so eine Straße die scheint ganz schön groß ne, das ist ein Weg, okay, das ist noch ein Weg ich dachte gerade irgendwie für die Megastraße oder sowas bist du doch die Scheine durch, oder? ja, ich bin jetzt ja, bei den Stein halt bin ich weitergelaufen du auch noch? ich bin noch weiter, ja ich glaube gerade schon wieder runter ja, genau bist du? ja, der Stein das ist wieder zu Jesus schräg ja ja renn so, 55 306 Metern das ist M Chao und vielleicht ist das also, ja leistet das, oder so? was gibt es? ja, ich habe mich gefreut das ist wie deine Geschlecht kurz vor dem Ende kurz vor dem Ende und eher stelle mal vor du bist zu schätzen seiner da rechts und das ist jetzt die farben ja warte oder nicht du gehst wieder so von dem feld er darf da vorne davon ist davon ist es ist die fire station von von elektro ja die ist dort übernehmen wir sind schon viel zu weit gelaufen oder warten wir einfach du bist jetzt direkt rechts darüber vorhanden ja will ich warten das treibend auf ich weiß nicht ich will sich sicherlich zu schnitt und zu erwarten ja auch über den Busch wie schon bei den ich ließ es Spät. 7.50. 3 Minuten noch. 3 Minuten noch. 3 Minuten warten. Oh. Boy. Das ist krumbusig. Nein. Du grade? Nein. Boah. Äh nein, ich crouch. Das hier muss gehen. Okay. Wo ist die Fire Station? Hinter dem... Da direkt vor uns. Stromzäunen. Ja, da ist dieser große Turm da, das ist die Fire Station. Also da ist halt die Fire Station. Wollen wir da hinrennen? Warum? Bitte. Nicht vor 20, vor 20. Lass 20 werden. Das heißt, wir treffen uns in Cerno, laufen wir hin und holen uns die Sachen. Okay? Ja, aber vor allem, weil wir das heißt, wir treffen uns in Cerno ist, wir gehen die alle aus Elektro ja raus. Genau. Dann ist unsere Chance noch schneller, die schöne Elektro reinzugehen. Echt eine gute Waffe zu kriegen. Judith hat noch zwei Minuten. Warten wir einfach 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 noch zwei Minuten. Die kommt jetzt auch nicht mehr. Wir haben gewonnen. Wir haben uns überlebt, okay. Und dann... Also das Main-Target wurde näher. Das Main-Target wurde erfüllt, wenn wir mit dem Quantum stolz gemacht. Ja. Ich denke schon, ja. Das ist kein Fall. Warte mal. Stamm bis Power Plant. Diese Straße bei Power Plant, die kleine, wendet, ist die feistliche. Links ist noch Raffenderie. Du hast aber Dobry. Ist es noch drinnen? Bist du das? Dobry? Das ist diese... Das ist genau da. So, ja, habe ich drin. Weil... Wenn du da oben liegst, ist es immer alles nicht auf die auf direkt auf das... auf die Fallstage auf den Eingang. Weil das wäre die selbe Seite. Okay, okay. Ich würde aber jetzt, wie gesagt, die Fallstage erst laufen, wenn dich jetzt weitere Anweisungen haben. Ja, das ist 1950. Okay, passt. Oh, Mann. Okay, jetzt bin ich sicher, dass sie das auf die Sekunde gehen. Ich kenne ja, die Wand in der Augen zu viel gelegt. Okay. Ja, ja, jetzt wird, was du noch aus dem Brücken? Was ist das? Nein. Und man kann das so machen. Bin gespannt, was jetzt passiert. Bin gespannt, was jetzt passiert. ändert die Wand in der Ststadt. Ja, ich bin gespannt, was ich mir nicht erwartet möchte. Ganz kurz. Na ja, bitte. Das ist ein Mal. Das ist ein Mal. Du so gehst, dann wird das mal kurz hin. Das hast du wieder gemacht, dann wird das mal kurz hin. Also, ich glaube, es geht nicht. Das ist das mal kurz hin. aus und zu bei Abner wir können Warten noch kurz was passiert und sehr liebster aber wir machen schüsse können dass sie nicht aber sie können kreislichen Wappen er kann sein aber wir waren zu uns jetzt beim müssen weiterlaufen rohr die er ist gerade geworden Prozent nach uns gesehen kurze Info alle Teams bewegen sich nun Richtung Tschernow es geht jetzt nicht ich muss ich muss der ist wir haben heute aber der nach Tschernow auch geben an die sich mit der Ecke das auch ein bisschen ok bis zum okay dann bis zur Zeit alles nach da war es nicht das ist das wird das wird jetzt das wird das wird ja man alles und erst mal ein paar Freuden springen überwarten diese immer auf dem Feld und wenn jetzt manche die selbe die hatten wir einfach zu warten und jetzt und vorsichtig werden ob man schon mal links ich habe mal das ist das ist das sind die Steine links die Sterne und da ist ja die Hälfte mit rein vor allem ist es um das ist ein Ding nur die die beiden die Gäste wo das das freut mich jetzt vor allem stellvollen für die Sonne und 16 ab zweiter was richtig geiles da drin was er liebte ja das war so ich will das hat nicht geholfen auf der Hauptstraße noch gerne laufen sondern wieder ab um eigentlich am besten wieder in den Schleimern oder ja stimmt sind auf dem Weg auf jeden Fall auch wenn es bisschen dauert aber Prozent der Sorge nur noch sie wird es noch zwei Räder aus der Welt 20 Prozent 20 Uhr überlegen wenn ich es da also das haben wir erfolgreich vollendet okay dann würde ich mal sagen ist es wieder bisschen Sneaky oder das ist ja gut X nicht also ja weil wir sind während die Wüste scheinbar für die Museen das sind Zombies ja ich weiß es ist so ein paar Wachse sind vorhin zu holen die Reise toolbox sehr gut dann ist das Toolbox aber jetzt auch ein Hunting knife Hunting knife ist warum jetzt war alles nicht mehr und Antibiotika ist ja auch nicht wir können die schon mal die Feuerwehr bei der Himmelstern rein oder du bist bei mir da kommt dann doch hier hinten rein das Ding ist jetzt nur ich hoffe nicht dass der Stefan gesagt hat dass wir in Elektro sind wir können sagen ja bei denen und Autos auch die sind da in Elektro ich habe zugemacht hier ist noch Dirty Round Stunner drin machst du es auch zu okay gut geh mal hoch hier legt schon mal die G17 kannst du nehmen ja nimm mal die G17 ich habe jenes Deck in der Rebellion ich habe einen Revolver ja was ist eine G17 also äh ich würde eine G17 nehmen die hat nur ein Magazin wie viel hast du für die Marker drauf bladder äh die hat Amerikaner äh 8 Gupt nimm lieber die Map nene warte da nimm ich die Marker auf ok ich nimm die Marker weil ich habe mich jetzt auch wenn ich nein nein wir gehen jetzt erst noch erst mal kurz nach ihrer rein das ist ein supermarkt noch kurz essen oder essen überlebt das leben sowieso ich kann doch schnell zum supermarkt ja dann können wir auch recht weg das muss doch das von hier aus ja das ist jetzt mal gucken okay dann können wir einfach kurz mit dem jetzt kommt es geht sich das kurz durch werden sicher nicht alle auf die wir sofort loslaufen die sind alle vorsichtig jetzt ist es natürlich ist elektro wie sie zu lügen wir loggen hier gerade alles an was geht ja das bisschen ich sehe dass ich das nicht so eng ist wenn ich ehrlich bin ja dann gern ja okay aber hier drin ist nichts so wie es aussieht warte naja jetzt gar nichts gespawnt ich mal mehrere dosen hier ist trinkt und jetzt trinken warte mal ich trink da gleich mal was ja passt weg 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 zog mich was auch ja 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 hier ist noch box of matches essen 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 echt jetzt wo hier liegt noch eine marker auf okay das magazin dafür noch müssen weiter müssen weiter wenn wir die schützen was ja es ja genommen der war noch nie schuld ist nach fast wir haben alles was willst du da gibt es keine waffen dann gehen wir für die feuerstation um er wie er mit müssen starten ich würde nicht von beiden kommt in der Kirche und die festlichen wenn wir noch ein bestand geht ehrlich hier liegt auch eine map für mich dankeschön okay alles klar gut äh ja fire station und dann würde ich sagen äh abgegeben und dann ein panzer cheaten und dann ab nach Tjana okay passt ich bin drin in der fire station painkillers müssen weiter müssen weiter ich komm hinten rein und zwar jetzt nichts ist mir keine waffe nix du bist im turm oder das tolle ist dass da zombies hochlaufen ich bin unten drin ich bin unten drin ich werde gleich schießen weil da da sie sonst noch irgendwas ist das auch immer so was nächstes kommt weiter ich bin wieder draußen nichts warte ja warte bin ich tot ja ich musste kurz meine waffe wechseln ganz ruhig jetzt durch den Wald nach oben okay jetzt wieder hoch her ich habe keine Leitze da haben sie es wieder an sie sich vorliegen verkehrt zu kommen der ist hier alles auch ja aber wenn man 60 vor sich umgeht dann irgendwann hat man der Vorsichtigkeit das sind ja auch schon das schon mal dran mit schwachsiedeln werden muss uns überlegen wie der Physiker zu spielen wenn ich viel leben hätte wäre es mir auch egal Warte mal, ähm, ähm, ne doch nicht, warte mal, hä? Warte nicht irgendwo noch um zu scheuen? Ja, ich scheue. Gibt's so viel, dass du keine... Ja, ich hab halt nur eine Munition für meine Wünsche, das hab ich noch 13 Schuss. Pistole. Ich glaube, ich werde nicht mal die ausschießen. Hm. Ja, aber anscheinend sind nicht alle noch nicht viele Leute in Tscherno. Also sind wir nicht zu viel gestorben. Also in Tscherno wird der Wort.